Wie schätze ich Bayern ein? Ich glaube, Bayern war letztes Jahr schon eine sehr gute Mannschaft, wo wir am Ende der Saison untergegangen sind, leider. Ich denke, die haben sich dieses Jahr nochmal sehr gut verstärkt mit drei selben Nationalspielern, die sie im Kader haben. Ich glaube, einer davon spielt nicht, Jovic wird nicht dabei sein. Das ist, glaube ich, ganz gut für uns. Er ist einer der besten Freundinnen in Europa. Wir müssen aufpassen auf Braden, der jetzt in Bayern wieder ist. Sehr guter Passgeber, sehr gute Schütze. Den müssen wir probieren zu kontrollieren. Unter dem Korps sind sie sehr stark besetzt mit Booker und Bartel. Da müssen wir probieren, dagegen zu halten und zu rebounden und dann schnell in den Fastbreak reinzukommen.